Heute führe ich im Test die Riesenfontäne von Niko. Die habe ich für 1,79 bei der Feuerwerksvitrine bestellt gehabt. Die NEM beträgt 41 Gramm. Soll eine schöne leise Fontäne sein. Bin ich echt mal gespannt. Mit so einem Powerflop-Effekt und 41 Gramm NEM ist schon ganz ordentlich für so eine Fontäne. Und da würde ich sagen, zünden wir das Ding mal. Schön Schnee. Das sieht das gut aus. Komm. Jetzt gehen wir mal zurück. Sehr schön. Jetzt gehen wir mal zurück. Eine sehr schöne Fontäne, wie ich finde. Auch die Brenntauer hat mir echt gefallen. Und da gibt es auf jeden Fall von mir eine Kaufempfehlung. Wirklich ein schönes Teil. Und da hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss.